Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Jetzt geht's los hier mit unseren Kristallen. So, ab in die Tempel fratzen damit. Ivo macht das. Passen auch wunderbar rein. Soll wohl auch so sein. Genau das gleiche wie drüben. Dann kann sie die jetzt gleich anfassen. Reste die auch von alleine los? Nö. Dann ist Nate jetzt dran. Berühr die Figur. Oder nimm die. Die sieht höher aus. Okay, dann berühr den Kristall. Äh, weiter. Sie bleibt nämlich dran. Soll er vielleicht in die Mitte? Dann fass du den doch an. Mir doch egal wer. Dann nimm du den. Da bleibt er ja dran. Wieso geht er jetzt auch wieder weg? Das ist voll doof. Sie bleibt da. Warum sind die so doof? Alle gleichzeitig berühren. Ivo bleibt doch auch da. Ja, wunderbar. Geht doch. Ah. Ja. 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 Ahnung. Ich, äh, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja. Toll. Ähm. Komm, wir nehmen die Sexy Ivo. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Wahrscheinlich nicht. Wow. Das, äh, sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter. Ja, weil er doch jetzt dran ist. Oder muss er jetzt? Ich weiß auch nicht. Ne, ne, ne. Du sollst, äh, ne. So. Genau. Du gehst da ran. Ivo? Du gehst da durch. Ich weiß auch nicht, warum. Einfach so. Ja, mach doch einfach. Ich würde einen Weg finden, das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Bis später. Das macht zwar gar keinen Sinn, weil wir jetzt gar keinen Vorteil haben, aber ich finde Ivo einfach schlau. Das hätte ich jetzt zu ihr gesagt. Wir machen es einfach. Wenn es nicht geht, dann kommt sie halt wieder zurück und wir können bestimmt jemand anderen nehmen. Gut, wir hätten auch Wilbur nehmen können, weil er unser Hauptcharakter ist, aber ich mag auch Ivo. Ups. Je früher ich den anderen einen Weg hier rein öffne, desto früher können wir das Artefakt bergen und die Insel verlassen. Gut. Wir gehen. Der Sexy Ivo, betrachte das Paddel. Ich weiß nicht, wer oder was das Paddel durchgebrochen hat, denn eigentlich sieht es ziemlich stabil aus. Kannst du das nehmen. Nimm das Paddel. Schön. Wir haben ein Paddel. Und hier ist das dazugehörige Ruderboot. Hm. Vielleicht gibt es versteckte Zugänge zum Meer und dieses Boot wurde bei einem Sturm hier hereingespült. Ha, mit einem Skelett drinne. Oder der arme Kerl ist als Schatzsucher hierher gekommen und bleibt nun als atmosphärische Deko. So möchte ich jetzt auch nicht enden unbedingt. Als atmosphärische Deko, obwohl. Die Eisenstange ist in den Steinen verkeilt und sie sieht nicht gerade leicht aus. Wahrscheinlich was für Nate, ne? Nee. Schwere Eisenstangen sind nicht gerade die Waffen einer Lady. Ja. Ist schon wieder so eine Anspielung. Also ich glaube, jeder hat hier so was für sich, was er tun kann. Da sind so Zahnräder. Krass auch, was das hier alles ist. Das riesige Statuen-Ding hier. Man fragt sich, ob die Figur schon immer da war und man deswegen den Tempel gebaut hat. Oder ob sie nachträglich als monströses Prunkstück in den Fels geschlagen wurde. Sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus. Was haben wir hier? Eine Schale. Sieht aus wie eine Opferschale. Auf dem Sockel steht eine Schale gefüllt mit... Hm. Sieht aus wie Kompost. Bestimmt so Opfergeschichten oder so. Ich schätze, das waren mal Opfergaben oder etwas in der Art. Aber alles Essbare ist längst verrottet. Aber hier, da glänzt etwas. Eine Dose Ölsardinen hat die Zeit überstanden. Und was ist das? Eine Steinscheibe. Mhm. Mehr Brauchbares ist nicht drin, glaube ich. Und selbst etwas opfern will ich auch nicht. Hm. Eine Steinscheibe mit seltsamen Symbolen könnte wieder ein Teil von irgendeinem verrückten Mechanismus sein. Und für Mechanismen ist ja Ivo eigentlich sowieso die bessere. Diese Vertiefungen an den Zangen sehen genauso aus wie die Kristallhalterungen drüben im anderen Raum. Ein Tor. Das soll sich am Ende bestimmt öffnen für alle. Ich wette, hinter dem Maul dieser steingewordenen Monstrosität befindet sich die Schatzkammer mit dem Artefakt der Schicksals. Irgendwo dort muss das Artefakt verborgen sein. Ich kann seine Nähe geradezu spüren. Es ruft mich. Aber ich wünschte, es wäre niemals in diese Welt gekommen. Dann noch mit dieser Lara Croft Stimme. Finde ich sehr cool. Also Angelina Jolie's Stimme. Und dann auf der Suche nach Artefakten. Das passt ja wieder. Können wir da was machen? Das Tor wird sich nicht einfach aufschieben lassen. Ein Lichtschach. Oder vielleicht dient die Öffnung auch der Entlüftung. Sie führt auf jeden Fall hinter das Tor. Vielleicht kann sie mit dem Paddel irgendwie das da reinpacken oder so. Ah. Ach, sie kann das sogar, weil sie groß genug ist. Sie kann durch die Öffnung riechen. Das ist ja cool. Wo kommt sie dann durch? Wieder bei denen raus? Nein. In einen coolen Maschinenraum. Aha. Geht das Tor dann aus? Ja, dann kann sie da jetzt aufmachen und jeder kann da durch. Cool. Dafür haben wir Ivo hier. Mitgenommen. Alles mitgenommen. Überraschend schwer. Ich frage mich, was immer all diese Maschinen, Zahnräder, Knöpfe und Hebel in untergegangenen Tempeln zu suchen haben. Ich meine, normale Tempel haben diesen Kram doch auch nicht. Immer nur untergegangene. Ja, da ist was dran. Drücke den Knopf. Oh ja, den großen roten. Einfach drauf den Button. Nichts. Vermutlich muss die Maschine laufen, damit sich etwas tut. Ist das eher was dann für Wilbur? Die Maschinen sind tot. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie nach all den Jahren noch funktionieren würden. Wilbur kann das bestimmt. Die Maschinen sind tot. Guck mal, hier ist so, da kann die Scheibe drauf vielleicht. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Vermutlich göttliche Zeichen, die von den Gläubigen bewundert und verehrt werden. Vielleicht passt die da drauf. Ne, diese Scheibe ist zu klein. Da muss erst noch eine andere drauf. Eine größere. Sodass man sie so sortieren kann. Jetzt haben wir hier eine Vorrichtung. Keine Ahnung, was das sein soll. Da passt doch gut der Zylinder rein. Ich will nicht behaupten, dass ich mich mit Technik auskenne. Aber das dürfte so im Moment keinen Sinn ergeben. So, muss mit dem Zylinder erst irgendwas gemacht werden. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Ähm, hier ist noch was zu lesen. Was steht auf dem Schild? GnomTech Tempelkontrollsystem 1000? Das erklärt einiges. Das ist was für Wilbur. Definitiv. Okay. Tja. Dann werden wir ihm die Sachen einfach mal dann geben. Und er soll sich das hier angucken. GnomTech. Sie hat das auf jeden Fall schon mal aufgemacht für die anderen. Das finde ich gut. Betrachte die Steinchen. Nimm die Steinchen. Einige kleine Steinchen. Was machen wir denn mit den kleinen Steinchen? Was haben wir denn noch nicht angeguckt? Das hier. Die Halterung. Vielleicht können wir da noch was reinpacken. Auch wenn ich die Kristalle hier einsetze, könnte ich sie allein nicht beide gleichzeitig berühren. Die Zangen liegen zu weit voneinander entfernt. Dann müssen wir tatsächlich mit den anderen da rankommen. Wir müssen die anderen irgendwie holen. Aber wie? Wie, wie? Ich untersuche den Ausgang. Vielleicht kann sie da diese Scheibe reinmachen. Wie es scheint, ist einiges an Technik nötig, um diesen kleinen Zaubertrick mit den Kristallen durchzuziehen. Jetzt muss ich die Technik für mich nutzen, damit sie mir das Tor öffnet. Wie denn? Nee, der Zylinder gehört da schon rein und die Scheibe ist für da hinten. Wir müssen irgendwo da drinnen was machen können, glaube ich, würde ich sagen. Ja, weil da gehören die Kristalle rein, da ist nur das Tor. Irgendwas müssen wir jetzt machen, damit es da drinnen wirklich aufgeht. Was haben wir denn hier noch nicht gemacht? Hier, die Maschine nochmal. Können wir hier irgendwas mit... Ja, wie bringen wir das Ding zum Laufen? Durchsuche die Schublade, das hatten wir noch nicht. Ah, doch was für Ivo. Gut, das ist nämlich eine größere. Die packen wir da jetzt mal drauf. Mal gucken, was wir dann machen können. Und jetzt die andere. Und jetzt? Dreh die Steinscheiben. Also schön. Was haben wir hier? Ich kann mit den Symbolen nicht viel anfangen. Es sind dieselben, die hier überall zu finden sind. Vielleicht eine Art Hieroglyphenschrift. Hm. Hieroglyphenschrift. Können wir hier Knöpfe drinnen? Was sollen wir machen? Sollen die alle in einer, ähm, Dings sein? Alle beieinander, Stern zu Stern und so. Das wäre doch was. Hier die komische Flosse. Stern ging ja jedenfalls nicht. Was haben wir denn noch gleich? Haben wir die Muschel? Ich habe das Gefühl, auf nicht jeder sind alle drauf. Das Blatt zumindest zum Beispiel nicht. Die Flosse schon eher. Hatten wir die Flosse hier auch? Nee, ne? Doch. Hier ist die Flosse. Das ist aber nicht die Flosse. Das ist irgendein, oder? Keine Ahnung. Können wir den Hebel ziehen? Können wir irgendwie den... Ah, wir können den Button drücken. Okay. Der Schaft lässt sich hineindrücken. Hm. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Okay, aber... Wie denn dann? Guck mal, da ist schon mal gelb. Irgendwas ist schon mal gut. Oder richtig. So. Ah. Mhm. Ich warte auf ein grünes. Damit das richtig ist. Oder so. Okay, dann nicht. Was macht Ivo da? Was macht sie da? Ich weiß es nicht. Ich drücke einfach den... Ach, der ist falsch. Okay, das ist rot. Wir warten jetzt einfach. Achso, der obere zählt. Ich glaube, das war jetzt schon mal richtig. Aha. Okay. Das sind die oberen beiden. Und die rechten roten Schalter sind die unteren beiden. So, dann brauchen wir ja nur noch zweimal grün. Und dann haben wir es. Ist ja nicht so schwer. Das kriegen wir hin. Jetzt habe ich einen ausgelassen. Habe ich gemerkt. Das macht nichts. Ja, das ist richtig. Der war falsch. Gucken wir mal. Der ist nicht richtig. Sei grün. Jetzt haben wir gleich die richtige Kombo. Vielleicht der Stern? Der Stern. Juhu. Das war nicht so schwer. Dieses Tal dreht sich immer mal wieder schwunghaft um 90 Grad. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum es das tut. Vielleicht kommen die anderen beiden ja jetzt irgendwie durch. Was ist mit der Schublade? Ist da jetzt noch was drin? Nix. Nix. Ja, dann drücken wir jetzt den Knopf. Vielleicht kommen die dann da mit dem Tor durch. Ich glaube, das war's. Na? Leute? Seid ihr da? Irgendwas hat sich doch getan jetzt. Ja. Juhu. Kommt rein, ihr beiden. Wo sind sie denn jetzt? Hm. Nichts zu hören. Äh. Wo sind denn die beiden? Brauchen sie eine Einladung? Aber echt. Wo sind die? Okay, Jungs. Was soll... Oh nein. Na toll. Ist es zu viel verlangt, hier ein paar Minuten zu warten? Wo sind die? Oh nein. Ist irgendwas passiert? Ich geh jetzt mal raus. Nicht, dass die irgendwie geschnappt wurden. Jetzt ist der komische Ast... Hey, hörst du mir zu? Nein, da sind welche gekommen. Du bewachst sie, verstanden? Nicht pressen. Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben. Aber nicht hier und jetzt. Was ist mit Ivo? Psst. Sie wird sich schon etwas einfallen lassen. Hoffe ich. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können. Selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Oh oh. Da ist Ivo. Du musst nicht so schreien. Ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen. Dann gehen wir da schnell durch. Oder so. Oder was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zum Artefakt oder gehe ich zu den Leuten nach draußen? Wo ist sie denn jetzt? Okay. Das ist sowas wie ein Reiz. Müssen wir jetzt aufpassen? Oh, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Und nun öffne dich. Ja. Ich befehle dir, öffne dich. Das ist natürlich sehr schlau. Okay. Können wir irgendwas im Maschinenraum machen? Oder sollen wir jetzt erst mal... Dich zerstören? Ja. Mach das. Viel Spaß. Vielleicht kann ich den Hexer hier reinlocken und den irgendwie überwältigen. Nur wie? Ach so. Also es ist schon mal gut, dass wir dann hier sind anscheinend. Das drehende Teil. Vielleicht können wir uns irgendwas bauen oder so? Können wir das jetzt da reintun, weil wir jetzt die Maschine erst mal angemacht haben? Versuchen wir es. Und weg damit. Ach so. Vermutlich ist das gesamte System nicht mehr in gutem Zustand. Aber wenn die Person nämlich hier steht, dann ballern wir ihr das Ding da ran. Und dann kriegt die einen an die Glocke. Oder er oder sie. Ich weiß jetzt nicht, sie glaube ich. Steinchen. Können wir die da auch reinpacken? Oder mit dem Paddel dann noch? Paddel. Können wir den mit dem Paddel machen? Ölsardine. Eine ziemlich alte Dose Ölsardinen. Ich glaube kaum, dass man sie noch essen kann. Oder will. Ja komm, das muss doch hier gehen, dass wir die jetzt locken und dann... Babam. Ich werde dich zerstören. Komm mal her. Monkos. Von dem kleinen Kahn mit dem hohen Blutdruck halte ich mich lieber fern. Okay, jetzt zaubert der schon. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, aber wir haben doch dann schon jetzt eine Idee oder so. Können wir das Paddel... Das Paddel? Könnte passen. Aber was haben wir davon, wenn wir das Paddel da jetzt in das Loch stecken, weil da diese Löcher sind, dachte ich... Mein Spankomat 1000 funktioniert und dürfte ziemlich wehtun. Achso. Aber ich dachte, sie kriegt jetzt die Dose an den Kopf oder so. Äh. Mhm. Ja, dann... Ja. Packen wir das da rein und macht das dann noch irgendwas anderes Cooles? Hm. Nee, irgendwie nicht. Muss man das im richtigen Augenblick vielleicht dann machen oder so? Oder ist damit schon alles erledigt? Spankomat vor allem. Ich weiß es nicht. Können wir das jetzt machen? Wir müssen denjenigen ja locken. Wie so schön. In der Ruhe liegt die Kraft. Von dem kleinen Kerl mit dem hohen Hütten. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Hier, mit Steinchen bewerfen können wir. Ah. Mit Steinen bewerfen. Was zum... Achso. Okay. Dann komm mal her. Und dann müssen wir den Zylinder benutzen, oder? Ja. Oh, aber derjenige bleibt nicht lange da. Das ist nicht gut. Und ich konnte aber auch nichts machen. Hm. Vielleicht müssen wir noch irgendwie... Die Sardinen können wir doch platzieren. Ach, wir können den Boden mit Öl der Sardine einschmieren. Das ist ja auch wieder... Ach, Ivo. Du bist so ein Fuchs. Die Sardinen bleiben in der Dose. Das Öl sorgt für die richtige Bodenhaftung. Ekelhaft. Mit den alten Sardinen. Können wir mit denen... Und den Stein locken wir. Okay, komm. Das machen wir nochmal. Dann rutscht sie aus. Oder... Munkus. In der Ruhe liegt die Kraft. Mit Stein bewerfen. Wieder mal. Nichts... Ich hasse dich! Ich... Was zum... Ich hasse dich vor allem. Das bringt's. So, dann versteck dich mal wieder, Ivo. Oh. Oh. So. Schon mal ausgerutscht. Ja. Und jetzt noch... Okay, das hat aber immer noch nicht gereicht. Verdammt. Oh Mann. Ja, aber ich konnte nichts machen, als Dingens hier Munkus kam. Das kann ich... Das muss irgendwas hier mit dem Ding hier zu tun haben. Mit dem Zylinder noch. Können wir die Zylinder... So, wenn wir die da vorher vielleicht... Ähm... Hinschmeißen. Oder nicht. Oder sollen wir den vorher nehmen? Ich hätte jetzt gedacht, wir sollen das selber da reintun. Und zwar in der Zeit, wo... Wo Munkus da unten liegt. Ich probiere das jetzt nochmal. Aber wenn das nicht geht, dann... Dann weiß ich auch nicht. Hm. Oder können wir da die Steinchen... Nee, können wir auch nicht. Komm, das muss doch gehen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse den... Was zum... Komm. Nee, ich kann den Zylinder nicht nehmen. Also nicht vorher auf jeden Fall. Wir sind noch in einer Aktion. In einer Interaktion. Munkus fliegt hin. Wenn ich den nicht nehmen kann, was soll ich denn machen? Ja, schön auf die Glocke. Und weg ist Munkus. Das geht nicht. Hm. Dann... Mache ich das mal, dass ich den da rein tue. Dann fliegt die Dose da hin. Ich lasse die Dose da jetzt liegen. Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Hm. Können wir mit dem Zylinder vielleicht... ...was anderes noch machen? Das ist bestimmt voll easy peasy. Und ich stelle mich hier wieder an. Aber wozu haben wir den Zylinder, ne? Hm. Hm. Vielleicht können wir den irgendwie... ...mit irgendwas noch füllen oder so. Damit der da, ähm... ...nicht so einfach, ähm... ...ja, weiß ich nicht, da so lang fliegt oder so. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas übersehen. Ich schaue mir das mal den nächsten Part an. Ich hasse dich! Ich hasse dich! In the Book of Unwritten Tales, Leute. Wir gucken uns an, wie wir Munkus das nächste Mal in die Falle tappen lassen. Bis dann! Äh, wie denn Lou? Ja, wir gucken uns an.